Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir gegen dieses komische Schimärenviech gekämpft. Ich habe keine Ahnung, was ist wahr? Ich nenne es einfach Schimäre. Und jetzt sind wir mitten im Kampf gegen Busson. Also, nicht unserem Busson, aber den Typen, den, ähm, ja, Busson, der Körper sozusagen, geklaut hat. Irgendwie, irgendwas hat jetzt hier keinen Sinn gemacht, egal. Ich weiß jetzt nicht mal den seinen Namen, jedenfalls den Typen hier, da, den da, aua, der uns gerade in die Fresse gibt. Wir müssen auf so ein winziges Schlachtfeld kämpfen und wir kriegen voll auf die Fresse und wenn wir verrecken, können wir nochmal gegen dieses eine riesige Viech kämpfen, das ist richtig geil, danke. Aber der scheint nicht viel auszuhalten. Okay, das war jetzt irgendwie unfair. Weißt du, wie kurz das nur angehalten hat? Wie soll ich denn hier kämpfen, Mann? Ja, pfff. Wah, bleib hier! Oh, seine Augen, die glitzern. Alter! Alter! Bleib hier! Ja, pfff. Und wir können nochmal gegen dieses riesige Fisch kämpfen, danke. Ey, wie unfair ist denn das? Warum kriege ich denn keinen Speicherpunkt dazwischen? Das ist doch voll scheiße. Oh, Mann! Ja, pfff. Ey, wie unfair ist, warum kriege ich denn keinen Speicherpunkt dazwischen? Vor allem, ich habe schon wieder voll viel Kfee und der hat mich wieder mitgehauen, einfach so. Das wollte ich so fassen. Oder auch nicht, was? Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, wenn wir wieder hier auftauchen, kein Problem. Da habe ich kein Problem mit. Boah. Ich muss nur wissen, wie ich den Treffen kann, weil irgendwie hat er keinen Bock, sich treffen zu lassen. Ich wäre einfach mal ab. Versuch zu kontern. So, aber genauso. Nicht so. Das war doof. Ich werde so weit vom Trecken. Ich war gut, dass er jetzt auf einmal großzügig genug sind, mir einen Speicherpunkt dazwischen zu geben. Fand ich doch sehr nett jetzt. Mal einigen Gegner, es hat so ein merkwürdiger Rhythmus, ne? So, komm mal her. Ich werde jetzt einfach ab. Das bringt es nicht. Wie die Waffen, die sind irgendwie wieder gar nicht gewöhnt. Das war doof. Ich denke, hey. Richtig. Sehr gut. Jawohl. Nein, nicht er. Nein, nicht er. Mach mal der Klausi-Dinger machen. Kann ich auch hier. BAMS. Wär es voll geil, wenn du frecken würdest. Danke. Schade. Ich möchte jetzt nicht umgemütig heilgegenstände verballern. Nein. Komm, ne? Was? BAMS. Mäden gegen die Frasse. Nein. Wär es voll geil gewesen. Nein. Ich habe noch genug HP. BAMS. Okay, geil. Das ist sehr schön. Wieder mit diesen Angriffen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die inaktiviere. Ich habe noch nicht. so ist einfach runter so ich will erstmal darunter speichern obwohl er hat jetzt gerade meinen dingen da jetzt gern erstmal speichern danke weil ich kann jetzt immer noch fragen da wird noch hier sein kam gleich voll jahr ich habe das kehren echt irgendwie nicht alle folge alt das möchte ich mal kurz zu diesen eigenen dinge zurück da müsste eigentlich irgendwo noch ein ding ins gewesen sein noch ein noch eine amalgane sind glaube ich aber die konnte ich nicht erreichen weil ich irgendwie weiß nicht unterschied zu einer so über die wand gelaufen hat nichts gebracht da muss ich wahrscheinlich irgendwie wird angreifen wieder dann kann ich am besten mit schizokar ja und die dinge die konnte auch noch nicht kaputt machen ja falsch naja was hier wird eigentlich kann ich auch kaputt machen sehr schön vielleicht finden wir ja noch geile sachen da drin oder auch nicht ihr könnt auch ruhig mal springen lassen da ist entweder da oder links rum ich weiß jetzt nicht hier war nicht das weiß ich woher kommt mir gerade recht ich möchte kurz mein kamu auffüllen jetzt nicht ausgerechnet von euch angegriffen werden dann darunter fallen da war nicht hier wer da ist jetzt weg ich weiß auf jeden fall irgendwo waren aber ich konnte nicht erreichen man hat hier noch nicht anscheinend so war das nicht kommt eine gute ich kann vorher gerne mal ich werde ja luft an der verdammt jetzt hat er gar nicht mehr gesetz zu fahren so war noch nicht hier war irgendwo rechts da glaube ich da möchte ich mir nicht entgehen also ich habe keine ahnung ob die nämlich verpassbar sind das wäre sehr sehr doof von der 42 mal wieder nach hause gehen tschüss ich möchte mich mal einfach so durch 20 leute durch aufgefüllt macht schon wieder verdächtig ist da jetzt oder wie alter wie kann man so viel gegner hier empfangen kann ich nicht so fassen ich will euch nicht also hauptsächlich gegner auf einer stelle wenn sie ein bisschen übertreibend ist ein schlimmer als in deiner sie war ja naja da wo ist das ding jetzt ich weiß nicht mehr welche diese eine tür jahre da war ja noch irgend so ein spiel glaube ich das ungern verpassten glaube ich letzte aufnahme freut ich habe voll kurze aufnahmen aufgenommen in letzter zeit also kack war es ich habe es glaube schon ein paar mal erwähnt weil es ist echt so kack waren so ja es hat oder auf der linken seite glaube ich musst du sein so und was da gibt es doch nicht geil aber nämlich darunter geschaut ich wusste irgendwas passiert dann ich kann ja auch echt pechner wir können so richtig fette typen auftauchen darauf habe ich gar keinen bock du fährst auf schi sogar darauf ich glaube schon wenn wir sind wieder da da noch um vor da geht es nicht mehr du bist jetzt penetriert habe gesagt du wirst penetriert wartet jetzt hier muss da irgendwo gewesen sein entweder da oder hier wohl da geht es wieder zum dingen schnell zu diesen weisen nicht ort wo wir diese speichelpunkt der vor dieser maske war glaube ich nachkommen mit weg so sehe ich auch aus ne hätte ich auch wunderbar dinge sammeln können man ein schatz auf diesen nervigen schlacht wird gemacht obwohl ich glaube das war jetzt nicht so nervig aber auch viel an ich glaube das wäre viel an ein kleber gewesen als wenn ich das hier gemacht hätte da kommt weg so hier war das glaube ich oder ja hier sind aber wie komme ich erzählen das hatte jetzt doof aber ich weiß nicht ob wir jetzt auf der linken oder rechten seite ist da oder da ist da hat es ein bisschen fester geleuchtet oder ich habe man was ist das alter ja man muss doch sein mögt sie sich vorwärts wenn sie so macht alter wo ah ok sehr schön keins verpasst bis jetzt hoffe ich war mal da lang ich glaube da kommen wir zu dem aufzug erscheinen sicherer ort zu sein ich gebe mir aus dem weg ich bin sexy war hat irgendwas untergefallen vom tisch das bedeutet kamer jetzt kein schwein verstehen außer einige leute die eingeweiht sind so ich weiß was daraus gefallen ist heruntergefallen ist verdammt ich werde euch nicht sagen so ich glaube müssen wir doch jetzt kommen die schüsse ich schließe mich doch leicht schon wieder herunter sind so bogenschütze das weiß ich noch waren so nervig die muss ich mir extra merken und ich muss in jeder ecke noch mal reingucken weil er kann ja irgendwas sein einfach was ich eine ultimative waffe oder so ich glaube selbst wenn ich zu wenig von diesen dingern hätte würde ich hier nicht fahren gehen weil hier sind so viele gegner das ist nicht mehr witzig schon wieder was schon wieder zwei dinger gut keine ahnung bin voll glücklich wenn ich so welche finde war schon wieder eins holt da hat nur geleuchtet weil ich das jetzt an meinen dingen bekommen ab danke das war sehr geil könnte mich auch mal das ist halt nervig ich habe den speichert gerade ne ja ne oh man ich kann ich auf jeden fall noch und ich auch fans dich nicht aber ich tue die fetten sagt ja auch zu ziehen aber ich kann es wagen voll in den rücken geschlagen aber hat jetzt kommt auch mit so einem teil wasser wer letzte kampf ausgegangen ist aha da warte ich hatte ihn seine rüstung kaputt gehauen ja jetzt hat er vorne sowas geil okay da war jetzt unnötig muss nicht sein leute hier ist was sage ich doch geil ich dachte ich habe nur einen verpasst jetzt habe ich hier drei vier stück schon bekommen sehr schön ha was sagen wir können den party wenden wir können den rest dieses mittel raum ist ja in der nächsten folge von let's play genji days of the blade ich bleibe mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge so so Vielen Dank.